Physik im Advent Der Rechner fährt hoch, die Homepage erwacht. Mal sehen, was die Physiker sich haben erdacht. Der erste Versuch läuft. Wir sehen's ganz gebannt. Wir finden die Lösung und sind sehr gespannt. Juhu, es war richtig. Wir rufen Hurra. Und morgen geht's weiter. Das ist ja wohl klar. Der Weihnachtsmann mit Weihnachtsfrau. Mit Hilfe der Filme zeigten sie schlau. Physik ist nicht öde, sondern Klasse und Spitze. Dies meinen wir ernst. Das sind keine Witze. So lernten wir vieles im Laufe der Zeit. Manch Versuch war recht knifflig, doch wir waren ja zu zweit. Die Tage verflogen, Heiligabend war da. Wir zwei sind uns einig, es war wunderbar.